Doch mal bitte. Das sind 1715 Meter nach Neuesbach. Ja dann schieß kurz davor, ich denke mal da sind ja auch noch Gegner oder? Ja ok. Und viele Verbündete. Ja Verbündete sind da auch, das stimmt. Dann schieß mal sie lieber zwischen... Ey ich schwöre euch, der Typ hier ne? Der ist so serious auf dem Boden. Das ist so witzig. Der schnallt einfach nicht, dass ich hinter ihm stehe. Wer ist das hier immer? Dann nützt glaube ich nix mehr. Dann mach ihn weg bevor er mich wiederholt. Nein 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 Hackfleisch, Hackfleisch, vorsichtig, vorsichtig. Der ist vor dir Hackfleisch. Tu's nicht. Hackfleisch, geh weg, der sieht dich. Ich glaube das mal löse ihn. Nein. Irgendwas will hier unseren... Er zieht auf dich, er zieht auf dich. Geh in Deckung. Warte ich renne mal vor seinem Gesicht entlang. Und guck mal was passiert. Er hat's immer noch nicht gemerkt. Ok. Wir sind wieder am Klick. Er löst ihn, gell? Ja, der ist tot, der ist tot. Ey dieses Spiel ist so geil. Es gibt hier so verplante Leute. Ich sag mal. Okay wir haben nördlich auf dem Berg Gegner. Nördlich auf dem Berg sind sie. 315 verstanden. MG in Norden auf dem Berg. Ja. Unser Sonny ist tot. Unser Sonny ist tot.